Vor vielen Jahren drängten die großen Kriegsfürsten der Eiserne Legion, die Wikinger und Samurai, hinaus aus dem Gebiet um Aschfeld. Wir Ritter waren damals stolz und stark und niemand wagte es, sich gegen uns zu erheben. Dann, wie eine Krankheit, herrschte plötzlich Frieden in unserem Land. Die Kriegsfürsten wurden vergessen und das Volk wurde schwach und selbstzufrieden. Als die Raubzüge der Wikinger von Neuem begannen, war die Eiserne Legion nicht vorbereitet. Aschfeld stürzte ins Chaos. Doch auch die Wikinger schienen schwach zu sein, nur noch ein Schatten dessen, was sie anst gewesen waren. Und die Samurai hatten Müre viele Jahre lang nicht verlassen. Nun ist eine neue Macht in Aschfeld aufgestiegen. Die Schwarzenfelslegion. Ritter. Wahre Krieger. Solche, die den Unterschied kannten zwischen Raubtier und Beute. Wir sind gekommen, um die Welt wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Zeitalter der Wölfe steht bevor. Die Wächter. Sie sind die Mitglieder eines in Vergessenheit geratenen, uralten Ordens. Sie sind die Beschützer der Schwachen. Und Meister des Langschwerts. Ihre Ursprünge sind längst vergessen. Und doch kämpfen sie weiterhin für das Recht. Doch nur wenige dürfen dem Morden beitreten. An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Erwie d'Obenin. Verteil dich die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! Du benih! So weit musste es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr! Recht ist ein! Recht ist ein! Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Ja, liebe Leute. Willkommen zu For Honor. Ich habe die Beta gespielt. Und dachte mir, ja, das ziehe ich mir hier mal rein. Zumindest der Singleplayer-Mode. Den schaue ich mir mal an. Und jetzt sind wir hier. Wir sind sozusagen der Wächter. Und... Null. Null ist... Was angucken? Oder Q? War das Q? Da hinten ist doch eine Null. Ah, keine Ahnung. Okay, verteidige die Ostmauer. Das heißt, wir müssen erstmal hingehen. Und... Und... Ähm... Ja... Okay, was habe ich jetzt... Achso, das ist jetzt erstmal ein Reinkommen. Deckungsmodus. String, Control, Links Control drücken. Okay, ich hatte zwar jetzt... Drücke Alt. Wechseln. Alles klar. Also, ich hatte eigentlich dieses Ding schon mal gemacht. Jetzt muss ich das wahrscheinlich nochmal machen. Okay. So, deine Deckung legt fest. In welche Richtung? Alles klar. Halten, um fortzufahren. Ach, da war einer weniger. Sehr schön. Gut, dann nehme ich den. Ähm... Ja. Okay. Gut. Danke. Okay, also man hält ihn in die Richtung, wo der... Rausher angreift. Und dann blockt man. So, kann ich auch mal zuschlagen? Oder... Äh, da ist das jetzt? Ist das jetzt? Achso, das war schlecht. Ja, komm, lass mich doch auch mal jetzt... Schlagen. Gut, ich hab da alles gemacht. So, gut. Okay. Leichter Angriff. Gut. Schwerer Angriff. Gut. So, jetzt. Komm, fertig. Machen Sie Schlecke. Sehr gut. Checkpoint 3. Gut. Mauer verteidigen. Verteidigung gegen Welle 1. Okay, also rausgehen aus dem Modus. Und dann geht's weiter. Ja. Verstärkung war schon auf dem Weg. Ich musste die Mauer halten. Schwerer Angriff. Gut. Der Nächster? Ach nee, nee. Ach komm. Das war doch nix. Hier, jetzt steht doch 0 da. Das ist doch eine 0, oder? Muss ich die halten? Nee, die muss ich nicht halten. Oder ist das ein O? Ach, das ist ein O. Toll, ist klar. Hügel. Jeden Tag werden Schlachten gewonnen und verloren. Nur aufgrund der Wahl des Schlachtfelds. Eigentlich brauchen wir die immer nur mit kleinen Angriffen die ganze Zeit vernichten. So. Okay. Rausgehen aus dem Modus. Und weiter geht's. Ihr kümmert euch drum. Jungs, was ist das? Ähm, standhaftes Banner halten. Drücke 2, um sie zu benutzen. Aha, die 2. Okay. Was passiert da? Gut. Das ist sozusagen so eine Art Kraft, die ich dann einsetzen kann, wo ich dann wahrscheinlich auch meine eigenen Leute supporten kann. Sehr schön. Okay. Es war sozusagen keine Null vorhin mit dem Schauen, sondern. Okay. Äh, ja, jetzt geht es immer weiter. Leichtangriff ist klar. Schwere Angriffe ist auch klar. Halten. Ich kann die sozusagen nicht aufschalten, sondern ich schnetzle die nieder. Ja, das sind hier voll die Opfer, hä? Okay, du noch. Ihr verliert. Na logisch, verliert ihr. Oh. Gut. Okay, 2 Stück habe ich. Gut. Gut, was muss ich machen? Erreiche die Bogenschützen. Okay, muss ich wahrscheinlich hochklettern, hä? Warte. Wo sind die Opfer? Und wieder schnetteln. Wenn dein Ausdauer verbraucht ist. Achso, okay, danke. Ja, komm. Komm, kauf an. Gut. Nächster. Nächste beiden. Ich will die uns schlagen. Logisch, verliert ihr. Das war doch gar nichts, hä? Aha. Voll die Külche. Gut. Okay. Okay. Okay, ich habe noch meine Heilung. Wie sehe ich aus? Einigermaßen geht noch. Aha, jetzt O drücken. Der Fall der letzten Zuflucht in Aschfeld. Tausend Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Vorfahren haben sechs Jahre gegen hunderttausend verzweifelte und verhungernde Krieger standgehalten. Das erzielt man sich zumindest. Das erzielt man sich zumindest. So, jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwelche Punkte oder wie? Okay. Was weiß ich, was weiß ich, was das mir bringt, keine Ahnung. Wir lassen es mal überraschen. Hier draußen war wieder irgendwas. Die Eiserne Legion besteht aus vielen kleineren Legionen. Der Löwe war einst das Symbol der königlichen Legion. Früher war sie stark. Nun ist sie gefallen. An die Macht von Schwarzenfels. So, einfach durch. Doppelschlag. So. Achso, man muss ja mal raus dann aus diesem Modus. Das ist sonst etwas beschränkend. Okay. Alter, ich habe einen Pfeil im Hintern. Das ist ja so frech. Okay, dann mache ich mal die zu. Genau, da heile ich mich wieder. Sehr schön. Ganz fertig. Ausnutzen alles. Voll den Balken. Voll den Balken. So, okay. Ready. Ha. Durch die Öffnung. Okay. Wir können wahrscheinlich runter. Und wieder verteidigen. Hallo. Endlich, komm. Dieser Rambok würde die Schlacht entscheiden. Komm, brennen an. Geht das, geht das? Ja, der brennt. Cool. Alter, der brennt. Gut. Raus wieder. Und die restlichen hier noch platt machen. Hm. Gut. Kommen wir noch welche? Hier. So. Warst das nicht? Nicht. Nehmt so viele von denen mit, wie ihr könnt. Gut. Das sieht schlecht aus. Ich komme, kein Stress. Was? Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf. Jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht. Das wäre eine Hinrichtung. Dann gegen meinen Kämpen. Ihr. Ihr werdet mein Kämpfe sein. Also gut. Okay. Hätte ich mich geweigert. Es hätte ein Blutbad gegeben. Ach so. Okay. 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 Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich bin aber besser als Wächter, oder? Er ist gut. Ich musste siegen. Aber nicht für Dubini. Eigentlich ist das, ich sag mal, nicht ganz einfach, aber... Aber es geht. Konter. 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 Ah. Hey. Hey. Zack. Exekution. Weiß nicht. Hätte ich machen sollen, oder nicht? Sie hatten uns immer noch in der Hand. Es kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Knie nieder! Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Wir sind hier fertig. Kommt mit. Und so kam ich schließlich zur Schwarzen Felslegion. Okay, also das habe ich jetzt nicht so verstanden. Also ich habe erst die ganze Zeit mich verteidigt, habe gekämpft, habe gesiegt und dann habe ich doch verloren. Ist das richtig? Also ich wurde dann einfach mal in den Ritterstand aufgenommen und das war es. Okay. Gut. Mission 1. Ja, ich hatte ja gesagt, ich hatte die Open Beta gespielt und fand das Ganze eigentlich eine coole Sache. Hat mir so gefallen. Und wie gesagt, ich ziehe jetzt mal die Singleplayer Mission durch. Ich würde aber sagen, den zweiten Teil gibt es dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.